Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und wir sind jetzt bei Folge 4 angelangt bei unserem Volvo Dumper Umbau. Das letzte Mal haben wir das Modell schon mal zerlegt in seine Einzelteile, die liegen hier alle hinter mir rum. In der zweiten Folge haben wir die hintere Pendelachse und den Frontantrieb eingebaut und in der letzten, in der dritten Folge hatten wir die Radadapter schon mal in die Reifen eingebaut. Das ist der aktuelle Stand und wir gehen flotten Schritt weiter. Jetzt in der Folge 4 werden wir uns der Lenkung widmen und ist relativ einfach gehalten, einfach gemacht und doch funktioniert. Das ist wunderbar. Ich habe mal dabei den Umbaussatz für die Lenkung, ist im Endeffekt ein Befestigungssatz. Ich habe ja alles für Standard-Servos ausgelegt. Ich nehme diese hier, ich verlinke die auch wieder unten. Die sind auch auf meiner Seite verlinkt. Kann man ganz normal bei Amazon kaufen, könnt ihr auch beim großen C kaufen und so weiter. Also die findet man wirklich oft. Sind jeweils 20 Kilo Digital-Servos mit einem Metallgetriebe. Davon verbauen wir zwei Stück, die im Endeffekt zusammenarbeiten. Einer zieht, einer drückt und ist alles kein Hexenwerk. Ist also ganz einfach machbar. Kann man über zwei Kanäle fahren, über einen Mischer oder dann später einfach zusammenstecken oder beziehungsweise zusammen löten. Das zeige ich euch. Jetzt bauen wir es erstmal ein. Wie gesagt, wir haben einmal das Umbaukit. Wir haben die zwei Servos. Wir haben mit dabei das Knickgelenk. Das sind übrigens die Zylinderattrappen, die an dem Knickgelenk dran waren. Die brauchen wir nicht mehr. Und wir brauchen die vordere Schale. Der Antrieb ist ja schon drin. Das ist ja der Stand, wo wir das letzte Mal schon hatten. Und da bauen wir das Ganze jetzt ein. Ihr dürft wieder über meine Schulter schauen und dann legen wir schon los. Und schon geht's los. Hier ist unser vorbereiteter Unterbau. Ich zeige euch das nochmal. Hier ist das nochmal, was ich das letzte Mal angesprochen hatte mit dem TL und SH wegen der Einbauerrichtung. Was müssen wir hier alles machen? Ich habe hier ein bisschen schon was angemalt. Hier müssen wir erstmal etwas entfernen. Und zwar alles, was schwarz ist, werden wir jetzt wegdrehen, damit wir nachher hier schön mit unserem Gestänge zu Rande kommen. Aufpassen mit den Kabeln. Ein bisschen weg. Und dann nehmen wir diese Sachen hier einfach zur Seite. So. so. Untertitelung des ZDF, 2020 so sieht das ganze dann aus das heißt wir haben hier einfach mehr platz geschaffen jetzt wollen wir hier vorne die lenkung einbauen dazu nehmen wir unsere zwei standard servos her und wir sehen hier mal das tütchen aus bei mir sind immer ein bisschen mehr schrauben ich habe hier einfach mal was hinein geschmissen es ist natürlich alles mit dabei was man hier für die montage brauchen das sind die zwei träger und die sind selbsterklärend und am besten wir bauen einmal ganz grob die servos daran an viel falsch machen kann man nicht jetzt sowieso noch nicht denn wir müssen das ganze jetzt einmal anpassen wir haben hier einmal mit schräge das ist die seite die nach vorne zeigt servos kommen oben drauf die servos haben ja manchmal so gummi noppen mit dabei die kann man auch einbauen wenn man das möchte sollte es von der höhe her nicht passen kann man natürlich das ganze noch ein bisschen unter füttern mit beilagscheiben wenn man das denn möchte oder braucht das kommt auf die andere seite ich schraube es jetzt wirklich nur ganz grob fest denn wir brauchen das sozusagen als bohrschablone und wir müssen einmal die den platz finden an denen die servos später eingebaut werden schrauben es ein bisschen fest damit es nicht ganz so umeinander wappelt und jetzt können wir das hier auch schon einfach einbauen das heißt wir stecken das hier rein hier einmal hier und jetzt ist es so dass dieser rahmen hier vorne hier anstößt es geht auch nicht viel anders weil der hier stößt hier an und der stößt hier vorne ja also der ist bündig und im großen und ganzen passiert jetzt nicht mehr viel das heißt wir können jetzt hier entweder direkt durchschrauben oder wir markieren es schnell mit einem marker unser loch so man muss immer ein bisschen ein bisschen aufpassen natürlich mit so marke weil je nachdem wie schräg ich hier reinkomme malt ihr mir natürlich das loch woanders hin als es unter umständen sein soll in meinem fall etwas weiter herinnen ihr seht jetzt habe ich meine zwei löcher schon bohren einmal zweimal und das gleiche muss ich vorne auch noch einmal machen das heißt ich stecke sie wieder rein und hier ist jetzt ein bisschen tricky wegen dem kabel natürlich das heißt hier muss man gucken wie man reinkommt man kann jetzt natürlich auch sagen ich nehme den Bohrer und bohr da ganz vorsichtig mal nur zum markieren hinein muss man dem kabel ein bisschen acht geben aber bin schon durch Plastik ist natürlich jetzt hier nicht unbedingt dick man muss eben wie gesagt nur ein bisschen aufpassen dass man die kabel nicht mit anfretzt aber da bin ich gut vorbei gekommen alles kein problem die löcher sind drin ich baue sie gerade noch ein bisschen Gras aus weil ich doch sehr schräg gekommen bin und senke diese von unten einmal an nachdem das ganze jetzt natürlich hier etwas eng ist werde ich diese Schraube nochmal rausnehmen oder diese Schrauben besser gesagt und werde dieses Teil so einbauen das sind kurze Schrauben dabei für die Montage wie ihr seht wenn jetzt das Kabel natürlich da drin ist und der Servo noch schon eingebaut ist ist das natürlich furchtbar eng aber so geht das einwandfrei aber so geht das einwandfrei aber so geht das einwandfrei so das war schon der erste Streich wir können jetzt hier im Endeffekt diese zwei Servos gleich mit rein setzen beim anderen ist das Schrauben natürlich wesentlich einfacher wenn ich das Kabel hier durch bekomme so dann das hier brauchen wir auf dieser Seite natürlich auch dann setzen wir das hier rein wir können auch diesen Träger hier festschrauben natürlich kann man auch die Servos ausbauen das ist also auch kein Thema und können auch hier erstmal den Träger machen das Gute ist wenn die Träger einmal sitzen kann man natürlich die Servos auch mal einfach tauschen irgendwann kann es natürlich immer sein dass mal irgendwas den Geist aufgibt also wie gesagt ihr könnt hier auch frei wählen die Servos sind nicht mit dabei es war jetzt meine Wahl für das Modell und bisher bin ich absolut zufrieden ihr könnt natürlich auch andere nehmen ich würde aber jetzt nicht unbedingt die kleinsten billigsten Servos verwenden weil hier treten doch relativ starke Kräfte auf der will ja auch wieder zurück lenken und das soll ja auch länger halten deswegen würde ich jetzt hier nicht irgendwie bloß so die schwachen 2-3 Kilo Servos nehmen bei meinem Radlader habe ich zwei 12,5 Kilo Servos verbaut mit dem bin ich auch sehr zufrieden die machen das auch gut mit so achja also Schrauben rein es ist ein Gepopel es ist immer ein Gepopel aber dafür sind wir Modellbauer geworden glaube ich meine Finger sind zu dick eindeutig eindeutig probieren wir es mal mit der Panzette dass wir irgendwie da unten die Mutter ansetzen können quasi ihr werdet es hinbekommen also ich habe das ja auch schon öfters gemacht es funktioniert auch aber es ist natürlich einmal kurz jetzt echt eine Friemelei die Mutter da unten hinzubauen ach genau dann lieber hoch und dann die Mutter da unten ansetzen so geht auch hier vorne sitzt es eh schon ihr könnt alle vier einbauen ihr könnt nur zwei einbauen das Servo selber sitzt relativ fest beziehungsweise die Servos sitzen so natürlich eh schon fest und die können auch nirgendwo aus ja so 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 der ist fest ist auch fest ist auch fest können wir natürlich noch mehr rein drehen der vorne ist natürlich auch wesentlich einfacher ich lasse jetzt vorne das geprobt immer schnell weg denn wie gesagt er ist fest und ich habe nicht vor ihm rumzutragen oder sowas so 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 sieht das ganze dann aus also das ist fest das kann nirgendwo mehr hin das ist unten an der Bodenplatte fest gemacht die Servos sitzen hier und haben auch kein Spiel die liegen hier an die liegen hier vorne an die liegen hier drüben an wo sollen sie hin ja mit dabei in diesem Set sind natürlich schon alle Kugellager und alle Stangen die man so braucht die Kugellager immer einfach ich mache das immer in einem ganzen Satz Gewindeschneider schon mal vorschneiden dann sollte man sich einfacher beim reindrehen von den Stangen und ich mache immer eine Seite fest ganz fest und über die andere wird es dann nachher justiert und das justieren das geht natürlich erst später ich weiß nicht ob die Servos schon in der Mittelposition sind oder ob die noch sich erst ausrichten müssen das geht natürlich erst alles wenn dann ein Servotester beziehungsweise die ganze Elektronik dran ist wenn der Empfänger eingebaut ist und so weiter dann stelle ich die Lenkung dann fix ein die feste Seite schraube ich jetzt hier hin denn es ist natürlich einfacher das Ganze dann in der Mitte also sprich außerhalb des gesamten Rahmens nach zu justieren und ich kann das hier in der Mitte lassen ich kann die dann nachher parallel einstellen dass beide Servos genau gleich stehen und hier auf jeden Fall Stopp Mutter drauf egal was ihr habt das arbeitet nämlich wie wahnsinnig das heißt hier werden wir das gerade stellen hier kommen diese langen Schrauben rein im Übrigen so so also die Seite bleibt fest und die andere Seite stellen wir dann so ein wie wir sie brauchen wie gesagt das ist nur eine Empfehlung oder meine Wahl hier an den Servos ich habe zwei 12,5 Servos im Endeffekt relativ ähnlich in dem Radlader verbaut funktioniert vom Prinzip her gleich da habe ich auch Plastikhörner drauf also das ist kein Muss ähm dass das jetzt hier diese Variante ist aber ich finde sie passt einfach sehr gut schaut auch ein bisschen massiver aus natürlich so ähm ich habe den einer gar nicht reingedreht die müssen dann angestellt werden das heißt hier abfeilen und hier werden dann nachher die Kugelköpfe befestigt so einer links einer rechts Schrauben sind dabei das kennt ihr schon durchschrauben Mutter hin und ähm dann kann man hier anhand der Länge das Ganze so ausarbeiten wie man das gerne möchte so dass beide gerade sind ähm momentan hält es oben noch nicht das heißt hier wird es befestigt und dann ist die Lenkung auch schon eingebaut mehr Teile haben wir nicht das ist auch schon alles und den Rest machen wir dann zusammen mit der Elektronik wenn die eingebaut wird ähm dann stellen wir auch die Lenkung wieder richtig ein so das war es zum Thema Lenkung ähm aktueller Stand Lenkung ist eingebaut brauchen wir bloß noch justieren und festmachen alles wunderbar jetzt fehlt noch die Kippermechanik ähm und dann ist sie eigentlich auch schon fertig ja bleibt dran abonniert meinen Kanal ich werde euch wieder äh unten alles verlinken die Servos natürlich auch habe ich ja schon versprochen natürlich auch zu meiner Seite ähm den Baugericht mit Fotos und so weiter findet ihr wie immer auf www.rc-bruderbaustelle.de und dann freue ich mich wenn ihr wieder einschaltet wenn wir die Kippermechanik einbauen und bis dann Deine 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 Die Bis zum nächsten Mal.